Die Sicherheit steht bei uns an oberster Stelle. Unsere Produkte müssen chemisch, thermisch und mechanisch hochbeständig sein. Alle dafür benötigten Werkstoffe werden in unseren eigenen Fabriken hergestellt. Musik Wir arbeiten mit unserer Anwendungstechnik, legen wir hier in den CAD-Abteilungen die feuerfesten und säurefesten Auskleidung aus. Nehmen wir die richtige Materialauswahl, stellen wir dabei auch statische und thermische Berechnungen an. Maßgeblich sind hier die Arten von unseren Kunden. Musik Wir befinden uns hier im Herzstück der Verwendungsanlage, im Drehrohrofen. Hier werden bei maximal 1500 Grad Celsius gefährliche Abfälle sicher verbrannt. Musik Beim Ausbruch werden diese Steine recycelt und getrennt. Und der unbelastete Teil wird dann zu neuen Steinen verarbeitet, der dann wieder in der Nachbrennkammer oder im Drehrohr eingebaut wird. Der wertvolle Rohstoff geht dabei nicht verloren. Musik Wir stehen hier in der Nachbrennkammer und sehen den Übergang zwischen dem Drehrohr und der Nachbrennkammer. Dieser gemauerte Übergang zwischen einer liegenden und einer stehenden Röhre kann nur von Spezialisten ausgemauert werden. Bei Steuler haben wir diese Spezialisten. Musik Wir stehen hier vor der neuen Rauchgasreinigungsanlage. In diesen Behältern werden die Verbrennungsabgase aufwendig gereinigt, um die Abgase später sicher und schadstofffrei an die Umwelt abgeben zu können. Der Prozess der Rauchgasreinigung ist sehr aufwendig und es entstehen hochaggressive Säuren dabei, die unter normalen Umständen diese Behälter sehr schnell zerstören würden. Um das sicher und zuverlässig zu verhindern, haben wir diese Behälter in unseren Werken mit chemisch beständigen Gummierungen und Steinauskleidungen versehen, um diese Behälter zuverlässig und sicher zu schützen. Musik Im Anschluss nach der Auskleidung haben wir dann diese Behälter hier auf die Baustelle transportiert. Musik Musik In unseren Laboren entwickeln wir kontinuierlich unsere Werkstoffe und Produkte weiter. Wir forschen nach neuen Werkstoffkombinationen und Möglichkeiten. Natürlich haben wir dabei einen extrem hohen Qualitätsanspruch an unsere Werkstoffe und Produkte. Ich finde das Ding so geil. Sieht gut aus. Ich finde das Ding so geil.